Einen wunderschönen guten Abend, verehrte liebe Zuhörer, möchte Sie herzlich begrüßen zu dieser Reihe der Vorträge aus der allgemeinen anthroposophischen Sektion, die wir hier fortsetzen, jetzt einmal mit zwei Vorträgen zum Thema des Schicksals. In zwei Wochen in der Halde, im Haldehaus, wird es um Dark Hammerschild gehen und die Dramatik in seinem Schicksal, die ja vielschichtig ist, heute Abend gewissermaßen als eine Art Grundlegung dafür. Denn das, was Rudolf Steiner und die Anthroposophie übers Schicksal bringt und schildert und neu denkt, das ist ja mächtig und gewaltig. Und in diesem Sinne ist es heute Abend gemeint, Schicksal gestalten zwischen innen und außen, biografische Metamorphosen. Ein Thema, das jeden Menschen betrifft und ich weiß, dass hier in der Runde auch Menschen sitzen, die über Jahre schon in Gruppen oder alleine sich mit solchen Schicksalsfragen auseinandergesetzt haben. Dann sind wir noch in einer Zeit, wenn wir kurz in das Zeitgeschehen im Moment blicken, in der Anthroposophie ganz schön heftig und ja und auch kritisch angeschaut wird, zum Beispiel in der Covid-Zeit, wenn ein namhafter Arzt eines großen Krankenhauses einfach so gefragt wird, so ganz direkt so, ja und wie erklären Sie sich in diesem anthroposophischen Krankenhaus, dass der eine sich ansteckt und der andere nicht in einer Familie. Solche direkten Schicksalsfragen, die nicht einfach nur so kurz zu beantworten sind. Und da spürt man, dass wir diese Schicksalsfrage vor uns haben, neu und die Frage wäre mit diesem Thema heute Abend, ob wir da mal hineinleuchten können in diese Frage, was kommt von innen, vom Schicksal her, in jedem von uns als Mensch? Und was kommt uns manchmal aus dem Leben entgegen? Manchmal vielleicht auch, wo wir sagen, das ist jetzt einfach Zufall, das hat so sein sollen. Manchmal aber auch mit einem Herzschlag, aus dem wir sofort wissen, jeder von uns, das geht mich an, was mich da trifft, geht mich an, damit beschäftige ich mich, ich schlafe nicht die nächste Nacht. Das kennen wir auch. Also diese Frage zu stellen heute Abend zwischen inneren Impulsen des Schicksals, wo kommen die her? Und den Äußeren, wie finde ich mich als Mensch damit zurecht? Gestern Abend hat Christiane Heidt einen Vortrag gehalten, aus den künstlerischen Sektionen heraus, zu dieser Frage des Schicksals und der Verantwortung. Und sie nannte drei künstlerische Biografien, ich nenne nur eine, diesen Imre Kertes aus Budapest, Ungarn, der ja mit seiner großen Ehrung, Nobelpreis für diesen Roman, Roman eines Schicksalslosen, das hat er geschrieben und hat ein merkwürdiges Erlebnis gehabt, das uns mitten in unser Thema jetzt hineinführen wird. Und sein Erlebnis ist so, dass er überlebt, das Konzentrationslager, Auschwitz und Buchenwald und dann nach Hause kommt und die erste Begegnung dann in seinem Dorf, in seinem Ort ist, dass jemand sagt, lass das alles los, dreh dich um, fang neu an, beginn ein neues Leben und du hast die Chance neu zu beginnen, wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Aber in ihm, der Mensch, der Mensch in ihm macht das nicht, kann das nicht machen, sondern sagt, nein, was ich da erlebt habe, so tragisch, so viel Tragisches um mich herum erlebt habe, Leben und Tod vielfach, das gehört doch zu mir, das ist mein Leben. Ich distanziere mich nicht davon und lege es sozusagen weg, um darüber Gras wachsen zu lassen, sondern ich möchte das bejahen, das tut er mit diesem Roman eines Schicksalslosen, ich möchte das bejahen und mich dem vollstellen auf Augenhöhe innerlich. Das ist etwas, was das von mir verlangt und ich will auch sagen, dass das irgendwie auch mit mir zu tun hat, jenseits von Schuld und Nichtschuld, sondern diese Lebenszeit, diese Lebensjahre haben mit mir zu tun und das möchte ich und soll ich und will ich frei entschieden annehmen. Und so heißt dieser Satz dann von ihm, die uns mitten reinführt in diese Problematik, die freie Bejahung beinhaltet die Annahme dessen, was das Leben bringt. Und wir kennen alle Momente, wir alle, wo wir so getroffen werden von etwas Unerwartetem, dass wir im ersten Moment sagen, also Moment mal, wieso das jetzt auch noch sozusagen, das nehmen wir nicht an, wir schieben das von uns weg und was bedeutet es jetzt sozusagen, diesen inneren Strom, den wir haben, wir wissen, was wir vielleicht wünschen, wo wir hinwollen, wo Ziele plötzlich aufflammen, aber was würde es bedeuten, dieses Innere mit dem Äußeren zu verknüpfen, mit allem Äußeren, was uns begegnet? Das wäre die Frage und da gibt es so zu dieser Frage, woher stammen denn solche Lebensumschwünge, Herausforderungen, unerwarteten Schicksalsschläge, aber auch positive Dinge? Woher stammen die eigentlich? Und da gibt es eine wunderbare Stelle im Lebensgang von Rudolf Steiner, durch die ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin, im zwölften Kapitel beschreibt er seine Zeit in Weimar, wo er sich so erlebt, Rudolf Steiner, dass er in zwei Strömungen drinsteht, nicht in einer nur. Und die eine Strömung ist die, dass er entdeckt hat in sich diesen tiefen Beziehungen zu dem Geistigen, das ist das eine, dass er damit weiterarbeiten will, dass er da Ziele hat, die noch gar nicht klar vor ihm stehen, aber das kommt eindeutig aus seinem Inneren, seit Kindheit. Tiefe, Realbeziehung zum Geistigen und Fragen über Fragen, die sich ihm daraus ergeben. Wir kennen ja viele Situationen des Lebens vorher. Und dann ist da ein zweiter Strom, den er zunächst gar nicht zusammenbekommt damit. Und das ist, dass über Karl Julius Schröer die Anfrage an ihn kommt, die naturwissenschaftlichen Schriften von Goethe herauszugeben. Und das ist ja nicht ein kleiner Artikel für eine Zeitschrift schreiben, sondern das ist dann die Nationalausgabe von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften. Und das soll er machen. Und das passt im ersten Moment für ihn gar nicht zusammen zunächst mit dem, was er vielleicht sich vorgestellt hat. Und auch da, denke ich, kennen wir solche Momente und wir werden am Ende, wenn gewollt wird, dass ein oder andere dazu fragen können, zu solchen Situationen. Und jetzt geht es so weit, je mehr er sich nun hineinvertieft in diese neue, von außen kommende Aufgabe, desto mehr geschieht etwas Rätselhaftes. Er sagt, und dann erlebte ich, je mehr ich dort hineinwuchs in diese Interpretation dieses großen Werkes, dass Goethe immer wie ein Mahnender neben mir, hinter mir stand. Und was sagt dieser Mahnende zu ihm? Und mir unaufhörlich zurief, wer auf geistigen Wegen zu rasch vorschreitet, der kann zwar zu einem eng umgrenzten Erleben des Geistes gelangen, aber er tritt an Wirklichkeitsgehalt verarmt aus dem Reichtum des Lebens heraus. Warnung, Mahnung. Wenn du zu schnell deinem inneren Drang ins Geistige weiter voranzuschreiten zu können, wenn dem zu schnell folgst, dann gibt es eine andere Seite in dieser Dynamik zwischen Leben und innerem Geist, die wird verarmen. Man stellt sich das jetzt schon mal vor, was das für eine Lebenssituation ist, zwischen zwei so hohen Anforderungen wie diesem Inneren und dem Äußeren, damit jetzt irgendwie eine Brücke zu schlagen, das mit sich zu verarbeiten. Und daher kommt dann dieser Satz, den ich meine, der zum Titel dieses Abends führte. Das Schicksal setzt sich zusammen aus zwei Tatsachengestaltungen, die im Menschenleben zu einer Einheit zusammenwachsen. Die eine entströmt dem Drang der Seele von innen heraus, die andere tritt von der Außenwelt her an den Menschen heran. Und dann ist er ja so aufrichtig in dieser Rückschau auf sein Leben, dass er feinste Dinge auch total selbstkritisch immer schildert. Er sagt, ich verbrachte diese letzten Jahre meines ersten Lebensabschnittes damit, mich abwechselnd vor mir selbst und vor Goethe zu rechtfertigen. Also zwei Strömungen, das Ziel, dass die zusammenwachsen, wer macht das? Und eine abwechselnde Rechtfertigung vor mir selbst und vor dem, was Goethe ihm zuspricht. Das ist Schicksalsmoment und noch schärfer vielleicht dann auch so eine Steigerung und dann gehen wir weiter. Er nennt beides eine wahre Wirklichkeit. Aber was ist das für ein Wort? Warum sagt er nicht Wirklichkeit? Er sagt wahre Wirklichkeit, also geistig wirkende Wirklichkeit. Real Wirkende. Dieses Zusammentreffen der wahren Wirklichkeit der äußeren Welt mit der wahren Wirklichkeit im Innern der Seele muss für das erkennende Bewusstsein in dauernder, emsiger, geistiger Innentätigkeit errungen werden. Es ist nicht einfach da. Für das Wollende und Handelnde Bewusstsein ist sie dann vorhanden in diesem Zusammentreffen, wenn der Mensch im Tun seine Freiheit empfindet. Und da können wir, wenn er seine Freiheit im Tun findet oder erfindet, empfindet. Er findet ist auch nicht schlecht, aber empfindet. Und was ist das nun? Und wann werden wir jetzt im Handeln ein freier Mensch bei all den Bedingungen, die wir alle haben oder bekommen haben, individuell? Und wann können wir sagen, ja, jetzt überkommt uns das, was wir tun sollten, sozusagen, und wir fühlen uns nicht mehr frei. Was ist das für ein Freiheitsmoment, im Handeln die Freiheit zu empfinden? Dann kommt eine merkwürdige Schlussformulierung an dieser Stelle. Dazu sagt Ulrich Steiner, gerade in der Begegnung mit Schicksalsfragen brauche ich in meinem Selbstbewusstsein als Mensch eine Verständigung mit mir selbst. Vielleicht kann das nachher noch im Gespräch aufleuchten, aber wie verständigt man sich denn mit sich selbst? Also da muss doch ein Zweiheit sein in uns, wenn wir uns mit uns selbst verständigen. Alle, die heute Abend noch zu Worte kommen, Hannah Arendt oder andere, alle haben das am Ende als einen Lebensendpunkt beschrieben, an Erkenntnis, dass da etwas ist im Menschen, das sich mit sich selbst in eine Verständigung bringt. Also einen echten Dialog auf Augenhöhe mit sich selbst, so sagen. Ich denke, das kennen wir alle, ich sehe einige nicken. Nun ist das so spannend, wenn dem so ist, ist natürlich die Frage, Donnerwetter, kann ich das jetzt lernen zu denken, zu fühlen oder gar zu handeln frei in dem und mit dem, was mir entgegenkommt, auch wenn ich das nicht angestoßen habe. Wie erreiche ich diese Freiheit? Und einer, der das auch dann in späteren Lebensjahren tut und ein merkwürdiges Bild entsteht für ihn, das ist der schwedische Lyriker Thomas Tranströmer. Der entscheidet sich, er wurde ja später sehr lange sehr krank, aber vorher ganze, ganz wunderbare lyrische Gedichte geschrieben, immer so an einer Grenze seiend, wie so manch eine Lyrikerin oder ein Lyriker. Und jetzt entscheidet er sich mit 60 Jahren, einfach mal sich umzudrehen. Er hat sein Leben gelebt, hat viel geschaffen. Später wurde er, glaube ich, posthum, hat er noch den Nobelpreis dann bekommen. Aber jedenfalls, das war alles da, aber er entscheidet sich frei, sich umzuwenden und sein Leben jetzt rückwärts einmal durchzugehen, so weit wie möglich. Auch das kennen wir vielleicht, so kleine Lebensmomente, wo man sich plötzlich fragt, was war denn da an der Grenze vorher? Und dann sagt er, kommt er zu einem Bild, aber dieses Bild stellt unser Bild auf den Kopf. Mein Leben, wenn ich diese Worte denke, sehe ich einen Lichtstreifen vor mir. Bei näherer Betrachtung hat der Lichtstreifen die Form eines Kometen mit Kopf und Schweif. Das lichtstärkste Ende, der Kopf, das sind die Kindheit und das Heranwachsen. Der Kern, sein dichtester Teil, ganz frühe Kindheit, Beginn, wo die wichtigsten Züge in unserem Leben festgelegt werden. Ich versuche, mich zu erinnern, versuche, dahin vorzudringen, aber es ist schwer, sich dort zu bewegen. Es ist auch gefährlich, ein Gefühl, als käme ich dem Tode nahe. Also muss ich erst mein ganzes Lebensgefühl zu Tode verlieren, um da heranzukommen, was so stark das ganze Leben geformt, geprägt hat am Anfang. Er dreht also die Biografie, die wir so malen könnten, die dreht er einfach um und sagt, da geht es so rum. Und dann ist da am Anfang, gerade am Anfang des Lebens, da ist das lichtstärkste Ende, das mein Leben prägt, das so vieles tut. Aber das tat ich doch nicht bewusst. Da war doch etwas am Werke, gerade am Anfang noch stärker und dann in der ganzen Kleinkindheit und Kindheit, das geht doch über mein Tagesbewusstsein einfach hinaus. Und er schildert wunderbare Beispiele, die kann ich jetzt nicht alle nennen. Wo eine solche Weisheit dort lebt, er lebt zum Beispiel alleine mit seiner Mutter in Stockholm und dann ist da aber, ist kein Vater, aber ein Großvater, der ihn mitnimmt auf Fischertour, einer der letzten Fjordfischer dort und der nimmt ihn mit und dieser Großvater ist ihm alles. So ist das irgendwie, hat es sich geregelt und er staunt jetzt im Rückblick darauf und dann sagt er noch, ja, da ist das volle Leben am Anfang sozusagen, am Anfang auch dieses Lebens, da gleich nach der Geburt und dann wird das weiter und flacher und jetzt befinde ich mich nur noch sozusagen im Schweif da hinten, sagt er und es wird immer spärlicher, der längere Teil, der Schweif, aber auch breiter und ich bin jetzt mitten mit 60 Jahren im Kometenschweif da drin, da ich dieses schreibe. Also das Wesentliche wurde geprägt ohne mein Tagesbewusstsein und er beschreibt viele schöne Szenen. Und dann denkt er natürlich über das Ich nach und merkt dieses kleine Rätsel, das wir auch gut kennen, dass auch wenn man ein bisschen älter ist, dann merkt man doch, man fühlt sich noch so jung, oder? Ist doch so. Ich sehe ganz viele Nicken. Und dann sagt er, man fühlt sich ja immer jünger, als man ist. In mir trage ich meine früheren Gesichter, wie ein Baum seine Jahresringe hat. Die Summe daraus, das ist das, was das Ich ist. Der Spiegel sieht nur mein letztes Gesicht, aber ich spüre meine früheren. Also noch ein Bild, Jahresringe, vom wesentlichen Beginn geht das sozusagen in die Richtung, kommt mir das Leben entgegen, was prägt mich da, was ist dort passiert. Ulrich Steiner geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, ja, wenn du jetzt immer auf dem Physischen lebst, in der physischen Welt, in deiner Arbeit, in allem, was uns hier verbindet, auch im Tun, auf der Erde, und dich immer nur an dem Physischen orientierst, wie könnten sie, wie könntest du dann ein lebendigeres Denken entwickeln, das sich nicht nur an dem Physischen orientiert? Das ist ja eine uranthroposophische Frage. Und da nennt er jetzt viele Beispiele, aber eines ist eben die Schicksalsbetrachtung. Könnten wir in dem Moment, wo wir jetzt auf solche Schicksalsschläge, auf solches Schicksal als Ganzheit, als Geschehen in der Biografie, könnte man so lauter Blitze jetzt malen, könnte man das so ansehen, dass das mit mir unmittelbar immer zu tun hat, immer. So Zufälle, also das hat mit mir zu tun. Und das wird so radikal dann ausgedrückt, gleich am Anfang, dass man vielleicht auch einen Schreck bekommt. Und es heißt einfach, wahr ist es aber, wir tragen unser Schicksal mit unserem eigenen Ich heran und die Impulse bekommen wir nach Maßgabe unserer früheren Zeiten, unserer früheren Inkarnation zwischen Tod und neuer Geburt. So dass wir immer selber das Schicksal an uns herantragen. Das ist schon harter Tobak zu denken. Wie könnte man da jetzt einen Schritt gehen, dass man da beginnt zu denken in etwas, was ich nicht abwehre, sondern wo ich einsteige in ein Denken, dass das, was auf mich zukommt, auch von mir selbst ist. Da haben wir schon diese Zweiheit wieder. Das bin ich auch. Auch wenn es vielleicht ganz schwer zu verstehen ist, wie bei Imre Kertes oder bei anderen. Und dann heißt es hier, kann man das entwickeln, dass man das sozusagen hier denkt, wie ich hier denke auf der Erde in meinem Tagesleben und zugleich neu denke, dass das, was auf mich zukommt, mit mir zu tun hat. Wir wollen das nachher mehrfach prüfen. Wenn ich das beginne zu denken, dann denke ich in einer Weise über das Schicksal, die nicht hier gebunden ist, an festes, geformtes, gefügtes, sondern die ich selbst erringen muss, aber die lebendig ist. Damit komme ich mit einem schnellen, verbindenden, rechteckigen Denken, komme ich da nicht mit zurecht. Da muss ich irgendwie wie so ein Seato Mortale machen im Denken und denke jetzt mal, das wäre ich sozusagen. Wie so eine Auferstehung in so einer Denkgeste, das hat mit mir zu tun. Wie gesagt, manchmal spüren wir das, dass es uns so betrifft, eine Sache da, das hat mit uns zu tun, gar keine Frage. Manchmal erkennt man es ja erst später, wie sehr das mit einem zu tun hatte. Aber manchmal rätselt man schon. Was, warum kam das jetzt so? Und jetzt diese Aufforderung Rudolf Steiners. Er sagt, das ist natürlich viel schwieriger, so mit dem Schicksal zusammenzuwachsen, es daher diese auf dem Plakat, diese Pfeile, die auf uns zukommen. Das ist viel schwieriger, als wenn wir es einfach abwehren und sagen, nein, nein, ich habe da meine Identität errungen und ich nehme das jetzt nicht an. Ich nehme das als Zufall, als Herausforderung, als etwas, was ich nur überwinden muss. Oder jetzt beweglicher zu werden, es hat mit mir zu tun. Und in der Theosophie gibt es dann mehrere Gedankengänge, das ist ja der Verdienst der Anthroposophie, immer auch vom Verständnis her etwas zu durchleuchten. und da gibt es in der Theosophie mehrere Ansätze, einfach zu sagen, ja, ich habe was erlebt vorgestern, das hat sich eingeprägt und wenn ich will, kann ich das jetzt aufrufen. Er steht sozusagen wie zur Verfügung und kommt mir dann wieder entgegen, in einer Vorstellung, Erinnerungsvorstellung und dann ganz freilassend, aber eben vom souveränen Denken freilassend, sagt Rudolf Steiner dann, wäre es nicht auch denkbar, dass nicht nur meine Sinneseindrücke sich einprägen und zur Verfügung stehen, zur Erinnerung, wäre es auch denkbar, dass meine Taten an jedem Tag meines Lebens, in verschiedenen Situationen, dass ich etwas der Welt eingeprägt habe und das steht auch irgendwie zur Verfügung, nur nicht einfach so zum Erinnern. Das steht so zur Verfügung, dass es gewissermaßen durch das Leben hindurch auch wieder auf mich zukommen kann. Warum soll das da draußen alleine stehen, was ich getan habe als Mensch? Ein Gedanke. Zweiter Gedanke der Theosophie, diese individuelle Gestalt, denken Sie an Zwillinge, Drillinge, die geistig so verschieden sein können bei ganz verwandtem Leib. Diese individuell geprägte Gestalt und dieses Leben vor allen Dingen, das kann nicht einfach nur mit der Geburt angefangen sein. Da denke ich einfach mal etwas, was vorher gekommen ist und sich jetzt stark verwandelt sozusagen. Ich denke das einfach mal so. Das kam aus einer geistigen Welt und geht dann durch die Metamorphose der Geburt hindurch und verwandelt sich wiederum in Metamorphosen. Den Leib habe ich von den Eltern, Vererbungsstrom, aber das Innere, das bringe ich mit. Ein Gedanke. Und jetzt noch ein Gedanke so in dieser allgemeinen Hinleitung und dann schauen wir mal das Leben an in verschiedenen Weisen. Ein Gedanke der Hinleitung wäre jetzt noch, dieses Leben nicht so anzusehen, dass es eben ein zerstückeltes ist und dafür haben wir auch ein Gefühl, wir alle, wo Momente im Leben sind, das kommt auf einen Strom dazu, das bringt Neues zu einem Strom dazu, aber insgesamt so einen Faden zu erkennen in einer Biografie, dass das ein Organismus ist, eine Biografie als Organismus. Und da ist Rudolf Steiner wieder wunderbar, er macht große Entwürfe für die Pädagogen und sagt, nur wer da weiß, dass dasjenige, was er dem sieben- oder achtjährigen Kind tut, weiter wirkt in den Zeitorganismus hinein, der eine Einheit ist, aus dem Kinde dann, aus dem Menschen im mittleren Alter, aus dem Menschen im greisen Alter und dasjenige, was sich da in der Kindheit entzündet, in einer Seele, dass das weiter wirkt, aber nicht direkt alles, sondern in einer Metamorphose, also das Wort Schicksalsmetamorphose, da sind Erlebnisse, wir alle erinnern solche, und jetzt geht das nicht direkt, sozusagen taucht das nicht direkt wieder auf, aber als eine Metamorphose der Fähigkeit zum Beispiel, als eine Metamorphose, sich plötzlich an etwas zu erinnern, aber nicht direkt, sondern an das, was die Grundstimmung vielleicht war. Und diese Metamorphose, die wollen wir einmal anschauen, ein letzter allgemeiner Gedanke dazu, der mich tief betroffen hat, als Pädagoge, tatsächlich hatte ich Menschen getroffen, die sehr stark davon ausgingen, alles, was die Anthroposophie über Karma und Schicksal sagt, ist eben dann vergangenheitsgeprägt, aber wir sehen ja jetzt schon, das ist anders, da kommt auch was aus der Zukunft, aber ich habe solchen Menschen, bin ich eben begegnet, und für mich war Karma zunächst ganz vergangenheitsgeprägt, das ist ein Muss, das kommt aus der Vergangenheit, und wenn ich das erkenne, dann kann ich mich entscheiden, wie ich danach lebe. Und Rudolf Steiner spürt das anscheinend an den Zuhörern eines Tages und schüttelt den Kopf und sagt etwas ganz anderes. Daher glaube man niemals, dass im Leben ein unabänderliches Schicksalsgesetz herrschend sei. Ihm kommt das auf dieses Herrschend an. Dass es da ist, ist keine Frage, dass diese Dinge da sind. Aber wie wirken sie? Herrschend? Bestimmend? Ist das keine Freiheit im Leben? Daher glaube man niemals, dass im Leben ein unabänderliches Schicksalsgesetz herrschend sei. Die Freiheit wird nicht beeinträchtigt durch das Karma-Gesetz. Und deshalb müssen sie bei dem Karma-Gesetz immer ebenso sehr an die Zukunft denken, wie an die Vergangenheit. Es ist ein großer, gewaltiger Gedanke zu wissen, dass man auch, was man auch tut, dass nichts vergeblich ist. Immer sind wir im Schicksalsbegegnung, auch in einem zukünftigen, mit dem wir selbst als Mensch souverän und frei auch die Zukunft bestimmen. Selbst dort, wo vielleicht etwas aus der Vergangenheit stark fordert, einfordert. Und das nennt er einen großartigen, gewaltigen Gedanken. Und nur aus dem heraus kann man verstehen, wie sozusagen in dieser Waldorfpädagogik darauf gebaut wird, in jedem einzelnen Menschen, wie jung er sei oder wie alt er sei, auf dieses souveräne, freie innerlich, auf das aufzubauen. Darauf zu ruhen in dem, was ich mache und immer darauf zu vertrauen, dass es auch Wandlungen geben kann und dass jede gute Tat auch ihre Folge hat für die Zukunft. Kleine Übung vorweg so, bevor wir dann sozusagen mit dieser Übung, mit diesem Gedanken, dass das, was auf uns von außen zukommt, auch wir selbst sind, bestimmte Biografien anschauen werden. Bevor wir das tun, diese berühmte Ziegelsteinübung. Also, Reinkarnation und Karma, Gesamtausgabe 135, da finden Sie diese Ziegelsteinübung. Und das ist jetzt, denke ich, sehr exemplarisch für die Anthroposophie. Rudolf Steiner sagt nicht, tun Sie das und Sie werden das und das erreichen. Nein, er sagt, ich möchte Sie einladen zu einer Gedankenübung, die schwer ist, aber die Sie tun können und wenn Sie sie tun, dann beobachten Sie einfach, was das mit Ihnen macht. So, diese Art hat er zu sprechen, weil er immer auch die Freiheit des Anderen achtet. Aber die Übung, eine schwierige Übung, nennt er trotzdem. Also, wir stellen uns vor, in einer Gedankenübung, wir bilden einen Gedankenmenschen und der sind wir und wir gehen durch eine Straße und jetzt trifft uns überhaupt nicht gewünscht, sehr schmerzhaft und nicht vorhersehbar, jetzt trifft uns von oben ein Ziegelstein, der sich gelockert hat am Sims eines Hohen Hauses und trifft uns auf der Schulter und verletzt uns sehr stark. Und jetzt werden wir eingeladen, einen Gedankenmenschen zu bilden, aus uns selbst, in unserer inneren Imagination, der vorausläuft, selber die Treppen hochläuft, der wir auch selber sind, der die Treppen hochläuft und diesen Stein ruckelt, so, dass er uns im richtigen Moment, auch eine Kunst, also, so ein Gedankenmensch kann auch tüchtig sein, aber genau im richtigen Moment, uns selbst zu treffen mit diesem Stein, das ist seine Übung. Und da vergeht einem natürlich schon das Lachen, denn was hat man schon erlebt, wo man nicht zunächst, das konnte man noch nicht tun, so eine Übung daraus machen und das ist auch heute, gerade heute hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der in einer schweren Schicksalssituation steht und dann ist das leicht gesagt so, das mit dem Gedankenmenschen, aber die Wirkung wäre dann folgende und das mag jeder prüfen, die Wirkung ist so, dass plötzlich ich selbst zu mir erstens, zweitens zu irgendwelchen Schuldzuweisungen, dass andere dies und jenes nicht getan haben, das hätten die gefälligst da oben, ja, so, da merke ich schon jetzt im kurzen Üben, das hat eine Wirkung auf mich und die stärkste Wirkung wohl, ich blicke mit einer anderen Haltung auf mein Schicksal, wenn ich mal denke, dass ich das selbst gewesen sei. Und dann vertraut Rudolf Steiner vollkommen darauf, dass wir spüren, innerlich spüren, das ist vollkommen fantastisch, spielt keine Rolle, oder ob wir spüren innerlich, das will ich jetzt mal so durchüben, da ist etwas dran, das verwandelt mich innerlich, ich gehe jetzt anders damit um. Die sogenannte Ziegelsteinübung, wir selbst sind der Mensch, der uns vorausläuft und es so tut. Eine Übung. Übungen sind immer freilassend und man möge beobachten, wie es in einem tut. Ja. Und jetzt prüfen wir das mal im Schicksal. Erstes Beispiel ist jemand, der ein markantes Leben einfach hinter sich hat. 1762 geboren, in einer zehnköpfigen, zehnköpfigen, kinderreichen Familie, der älteste Sohn, ganz arm geboren, ein Leinenweber, also Sie kennen diese Geschichten, die Weber und diese Not, als dann die Mechanisierung kam und keiner mehr davon leben konnte. Also ganz arm, aufwachsend, aber einen bestimmten Charakter habend, dieser junge Mann, der heißt Johann Gottlieb und dann wird er geschickt auf die Felder, dann soll er sozusagen die Ziegen hütten und das gut machen und er selber vor allen Dingen ist noch strenger mit sich als sein Vater oder seine Mutter. Also immer so streng mit sich sein, dann bringt ihm irgendwann der Vater als Entgelt für diese große Mühe immer für die Jüngeren zu sorgen, viel zu arbeiten, auch stark zu werden. Dann bringt der Vater ihm irgendwie die Nibelungene oder so einen bestimmten Schmöcker mit, wo man nicht gut aufhören kann und dann fängt er den an zu lesen und dann hat er über das Lesen, das hat ihn so hinweggerissen, dass dieses Buch ihn von der Pflicht abhält und etwas bei diesem Tierhüten schief geht. Einfach, weil er so sehr in dem Buch verloren hat. Und jetzt steht er da vor einem Bach, einem Fluss und hat dieses Buch und weiß genau, ich habe meine Pflicht nicht erfüllt. Können Sie uns das so vorstellen? Ich habe meine Pflicht nicht erfüllt und das lag daran, dass dieses hier mich vollkommen abgelenkt hat und jetzt ahnen Sie schon, was er macht damit. Er wirft es, er wirft es unter Schmerz und Tränen, weil er es so geliebt hat. Er wirft es in diesen Fluss. Das wiederum gab ihm kräftige Schelte zu Hause. Mindestens so, wie für das, was bei der Herde schief ging. Also so ein Schicksal, so streng mit sich zu sein. Hohen Anspruch, gleich am Anfang. Und dann spürt einer, dass er gerne in die Kirche ging. Seine Mutter war auch ganz verbunden der Kirche und der Religion. Und dann ging er gerne mit und dann merkt irgendwann jemand, also dieser Johann Gottlieb Fichte, der kann die ganze Predigt des Pfarrers mit Herz, mit Herz und Gefühl nachher wiedergeben, in breter Sprache, neun Jahre alt. Und wie das Schicksal dann so will, ein hoher Herr, Freiherr, ein Freiherr. Was für ein Name, Freiherr. Wir sind ja heute alle Freiherrn. Freiherr von Miltitz will unbedingt die Predigt dieses Pfarrers hören, hat er ihm versprochen. Aber kurz vor dem nächsten großen Dorf und der großen Kirche bricht das Rad, wie es so spielte damals. Und dann kann er diese Predigt dieses Pfarrers nicht anhören. Und irgendjemand sagt ihm, da ist noch ein Junge, wenn sie den schicken, holen, dann wird er ihnen die Predigt wörtlich aufsagen. Das glaubt er nicht. Der Junge wird geholt und wiederholt die gesamte Predigt mit Herz und Gefühl und Modulation, die er eben gerade am Morgen erlebt hat. Und da geht dem Freiherrn die Augen auf und er sagt, das ist wohl nicht dein Schicksal. jetzt komm mal mit, ich besorge dir ein schönes Haus, wo du gut leben kannst. Und dann kannst du dort bei einem Pfarrer-Ehepaar sozusagen aufwachsen. Es geht dann so weiter. Die liebt er sehr, Fichte. Fichte liebt diese Zieheltern sehr. Die unterstützen ihn auch, denn er bleibt bettelarm. Das ist so. Und kommt in so eine Schule, so eine Art Oberschule für etwas Reichere normalerweise und wird sofort unglaublich gehänselt. Der Bauer ist da nur für die anderen. Und dann hat jeder Junge, der neu kommt, so mit 13 Jahren, der hat so einen Obergesellen und sein Obergesell ist eben ein harter Hund, ein Rüpel und schlägt ihn. Und da gibt es die Geschichte, dass jemand an seinem Zimmer vorbeikommt und immer etwas poltern hört. Und dann nimmt der Johann Gottlieb immer ein Buch, stellt es so hin, dass es steht, holt aus und schlägt dieses Buch vom Tisch sozusagen. Und dann nochmal, und dann nochmal. Und jemand sagt, was machst du denn da? Na, wenn du wüsstest, wie mein Obergeselle mich behandelt, dann wüsstest du, wofür ich übe, sagt er. Er möchte ihm mal was irgendwann zurückgeben, aber noch ist er zu jung dafür. Und schließlich geht das aber diese furchtbare Behandlung, die werden so wie Sklaven behandelt, die Jüngeren, und müssen den holen und machen und Stiefel putzen und alles. Und das geht, das kann dieser Mensch, der so hohe Ziele hat, innerlich, das kann er nicht ertragen und flieht. Und er entschließt sich bei nächster guter Gelegenheit, hervorragend geplant, Fahrkarten zum Hafen, Amerika, das war die Zeit damals, und dann ist diese Qual vorbei. Aber Menschen haben verschiedene Seiten und das hat Fichte auch. Und er ist schon ziemlich weit gekommen, auch unbemerkt zunächst. Und dann sieht er so einen sonnigen Hügel und ihm fällt plötzlich ein Satz ein, den er einfach gerne gelernt hat von seinen Zieheltern. Wann immer du was Neues beginnst im Leben, nimm einen Moment Ruhe und schick ein Gebet oder einen Gedanken zu Gott über das Neue, was du tun willst, bevor du es dann tust. Und er sieht diesen schönen, sonnigen Hügel, setzt sich dorthin und folgt dieser inneren, liebevollen Pflicht, der folgt er und plötzlich sieht er die gesamte Konsequenz seines Handelns, die sieht er in einem Schlag vor sich und weiß, wie es den Eltern geht, wenn er das tut, wie es den Menschen geht, die Hoffnung in ihn hatten, diesen Zieheltern und er entschließt sich im Moment, was ist das innerlich als Schicksalskraft, er entschließt sich, die Flucht abzubrechen. Erfolgreich begonnen, Abbruch, geht direkt zum Direktor der Schule, gesteht alles und sagt, er kann alles machen, was er soll, aber er wäre wieder da und der Grund wäre eben so, dass sein Obergeselle und der Direktor, er kriegt keine Strafe, sondern spürt, dass da einer so wahrheitsliebend ist, dass er gar nicht anders kann, als alles sagen und er kriegt einen neuen Obergesellen und es geht wieder weiter. Aber solche Situationen gibt es jetzt in seinem Leben, am laufenden Band und immer wieder neu und man ahnt jetzt schon einen Fichtesatz später, von der Freiheit des Menschen geschrieben, alle Kraft des Menschen wird erworben durch Kampf mit sich selbst und Überwindung seiner selbst. Fichte. Und noch so was, das Ich setzt sich selbst und ist Vermöge dieses bloßen Setzens durch sich selbst und umgekehrt, das Ich ist und setzt sein Sein, Vermöge seines bloßen Seins. Es ist zugleich das Handelnde und das Produkt seines Handelns, das Tätige und was durch die Tat hervorgebracht wird. Und daher ist das Ich Bin Ausdruck einer Tathandlung, Philosophie, Fichte später in Berlin. Und der gleiche Mensch, der gleiche Mensch zieht durch sein Leben eine Wanderung daher, immer wieder an ein Ende kommen, so arm, dass er selbst das Theologiestudium dann hinschmeißen möchte und am selben Abend findet er hinter seiner Tür einen Brief, der ihn von Jena nach Zürich ruft. Aber in Zürich war die Erziehung eines wohlgeborenen Kindes, für das man dann auch gut bezahlt wurde. Das war doch so schwierig, jedenfalls, dass er den Eltern ganz ehrlich erklärt, dass diese Schwierigkeiten des Erziehens an den Eltern selber liegen. Das ging also nicht lange gut. Und jetzt geht die Wanderung los, können Sie sich vorstellen, Zürich, Leipzig, Warschau, von Warschau nach Kant zu Kant, nach Königsberg, nach Jena und schließlich erst nach Berlin und überall selbst in Jena mit Schiller und Goethe befreundet, aber dass die Studenten ihm so zuströmen, der das meint, was er sagt, der das will, was er denkt, das können die anderen nicht ertragen und er kriegt da einen Prozess gemacht wegen angeblicher Gotteslästerung und der Freigeist ist nicht gern gesehen, aber in Berlin findet er schließlich seinen Platz, dieser Fichte. Und wenn wir das jetzt so anschauen, dann merkt man, und das so im Jahr 7. anschauen würde, dann wäre das hier sozusagen so die ersten 7, 14, 21, 28, 35, Jahre, 42 und vielleicht noch 49 und dann natürlich heutzutage geht es weiter und jetzt die Frage, die Rudolf Steiner stellt in einem der Karma-Vorträge, wie kann man jetzt so eine Schicksalsmetamorphose wie bei so einem Fichte, wie kann man die so verstehen, dass man schildert, wie geistige Kräfte helfen, fordern oder überbrücken und neue Kräfte bringen. und da würde ich jetzt mal einfach zeichnen, für den Anfang des Lebens wird dort gemalt die Kraft der dritten Hierarchie, Engel, Erzengel, Archai, die dort bis zum Ich-Punkt mit 21, die bis dahin kräftig etwas bringen und das nennt Rudolf Steiner karmische Forderungen. Also das, was ich aus einem anderen Leben mitbringe und das soll sein, das hat sich vor der Geburt gefunden, diese Kräfte, die schreiben sich ein in diesem Anfang karmische Forderungen. Und dann kommt etwas ganz Neues, die überlappen sich, nicht so eins nach dem anderen, das wäre was, dann hätten wir noch viel mehr Literatur über diese Grenzen, wenn das immer so aneinander grenzen würde, es überlappt sich immer und immer anders und immer individuell, da kann man nicht einfach sagen, da ist das, aber jetzt ist das so, dass die zweite Hierarchie, die fängt schon mit 14 an und man merkt schon, die haben andere Kräfte in der ganzen Pubertät, der Mensch, der sein Leib neu ergreift, hier, und diese Sonnengeister der zweiten Hierarchie, Exusiae, Dynamis, Kyriotetes, die bringen völlig neue Kräfte in ein Leben herein und wer jetzt so unterrichtet hat, zwischen 12 und 16, da ist wirklich ein kolossaler Umbruch des ganzen Menschen bis in die Organisation, der junge Mensch ist ein ganz anderer, also mächtige, formende Kräfte kommen dazu und wiederum können die alleine auch nicht das Spätere bewerkstelligen, denn, das ist so ein Gedanke in der Anthroposophie, in Zukunft werden wir als Mensch immer weniger Kräfte einfach durch die Geburt mitbekommen, der Zeitpunkt, wo diese Kräfte loslassen, der rückt immer weiter in die Kindheit und deshalb wird im Grunde genommen die ganze Menschheit immer jünger werden, jedenfalls von den mitgebrachten Kräften her, das ist so, wird verschieden beschrieben und weil es jetzt so nach unten zieht in späterer Zeit einfach die Kräfte loslassen, ist das so, dass die erste Hierarchie, die Geister des Willens, diejenigen, die sozusagen von höchster Stelle bis in Wille, bis in Kraft, bis in Erholung durch die Nacht hereinwirken können, die übergreifen hier wiederum, ich mache es einfach so und schenken den Menschen in dem Maße, wie er selber seine Impulse jetzt aufgreift, wenn er was mitgebracht hat dazu, wenn er Ideale hat zum Beispiel, wenn er ein Verhältnis hat zwischen physisch und Geist, beides, sozusagen Schlüsselmomente hat, dann können diese Kräfte mächtig helfen, dass wir heute dann sogar noch weiterschreiten durch die Jahr siebente, das wäre noch so eine Frage für nachher, wie ist das heute, dass wir da so weiterschreiten können und eben älter werden dürfen, so, was ist da, das war die karmische Forderung, Vergangenheit und das ist dann hier die karmische Erfüllung, die darauf beruht, was sich entwickeln durfte früher und dann kann das geschehen später und dann kommt in dem Moment so ein kleiner Seitenabsatz, der uns junge Lehrer damals so beeindruckt hat, dann steht er in so einem Seitenabsatz und deshalb ist es so entscheidend wichtig, jetzt denken wir mal an die heutige Zeit, in der ja so ein frühe Klugheit, Intellektualismus einfach da ist bei den Kindern, aber denken wir daran, dass wir als Pädagogen die größte Aufgabe darin haben, natürlich auch mit dieser Klugheit umzugehen und das Lernen voranzubringen, natürlich, aber vor allen Dingen so viel menschliches, gemütshaftes, moralisches dieser Intellektualität mitzugeben, dass das dann in diese Richtung gehen kann, dass es dann sozusagen Auftriebskräfte geben möge später. Das wäre eigentlich der Hauptgrund der Erziehung, um für später, fürs ganze Leben, für diesen Organismus etwas mitzugeben. Ich lasse es jetzt mal an der Stelle so stehen, und man hat deutlich den Eindruck, da wurde dem Fichte vom Schicksal sehr viel entgegengebracht, auch unglaublich forderndes, das könnte nicht jeder schaffen, aber ihn hat es im Grunde genommen immer nur befeuert, sozusagen, also eine Metamorphose von immer Widerstand überwinden, Kampf mit sich selbst und mit dem, was einem entgegenkommt und Überwindung von sich selbst und das darf dann bei ihm bis zum Vertreten eines neuen Menschenbildes, kann man sagen, des Menschen Ich, Fichtes These, der Mensch bestimmt sein Ich selbst, Napoleon Bonaparte hat geschrieben in der Verbannung später, ich habe meinen Kriege nicht verloren, die ganze Schlacht um sein Reich, durch strategische, technische, militärische Dinge, dort nicht, aber die deutschen Idealisten, die, die haben geholfen, dass ich das nicht durchbekommen habe und Fichte ist so ein Idealist, der einfach gesagt hat, der Mensch geht vor, manchmal hat er Vorlesungen gehalten, er war auch zum Fürchten, sagen auch viele, weil er so kräftig war und so geleuchtet hat aus seinen Augen, aber hat Vorlesungen gehalten und dort stand ein Soldat, er wusste nicht, versteht der Deutsch oder nicht, der französische Soldat und dort stand einer und er hat diese Vorlesung einfach frisch weggehalten, diese Reden an die jungen Deutschen sozusagen an der Stelle, das zu überstehen, diese Zeit, jetzt lasse ich das so stehen und nehme jetzt nur noch ein Beispiel von einem anderen Menschen, hier würde ich sagen, die Metamorphose liegt so, Entschlossenheit, Fleiß, aber auch größte Lebensnot immer wieder, zwölf Situationen könnte man finden, aber immer mit dem Resultat, dass sie überwunden wird, dass es ein Weg sich zeigt und genau dieses gefordert sein und sich überwinden, das gibt ihm die Chance später so zu handeln in seinem Leben, dem Fichte. Ja, jetzt ein Beispiel vielleicht noch auch rätselhaft, wo die Metamorphose völlig anders ist. Da wird ein Junge geboren in Österreich-Ungarn, Steiner heißt er mit Nachnamen und jetzt denken wir mal so gleich schon mal das Fazit zusammen jetzt für die letzten Minuten und vielleicht noch die eine oder andere Frage dann kommt, da wird ein Junge geboren, der Freude hat am Leben, der selbstverständlich seinerzeit gemäß 1861 viel arbeitet für die Familie, Wasser holt, aber der Natur begegnet in den Bergen dort und dieser Junge hat die Aufgabe dann schließlich auch zur Schule zu gehen und wie kann jetzt Schicksal spielen, wird das ein braver Junge das ganz tut das gerne, lernt gerne, wird das so klappen einfach zur Schule, kommt er glücklich zurück, nein, es passiert sofort am Anfang in dieser Dorfschulzeit passiert es so, dass des Lehrers Sohn etwas anstellt, irgendwas mit Tinte, Tintenfässer und dann kriegt dieser Steiner Junge, der Kleine kriegt die Schuld dafür, können wir uns das vorstellen, so und wie reagiert man jetzt, würde man das beruhigen zu Hause und dann komm, sowas kommt im Leben vor, wir schaffen das schon, morgen gehst du wieder hin und Vater Steiner nein, jetzt spürt man sofort, in diese ganze Schicksalsfrage gehört immer nicht nur man selbst hinein vom Schicksal, sondern eben auch die anderen Menschen und Vater Steiner entschließt auf der Stelle, ich schicke den Jungen da nicht mehr hin, denken wir uns das mal, so, als Hannah Arendt von ihrer Mutter eine ganz klare Maßgabe bekommt, wenn einer deiner Lehrer etwas gegen das Jüdische sagt oder etwas, was das Jüdische herunterstuft, beurteilt, nur eine Note davon, dann stehst du in der Schule auf, sofort, verlässt den Klassenraum und kommst zu mir. Was sind das für Stärke Gesten, das habe ich noch nicht so oft gehört, soweit eine Konsequenz der Erziehung, aber wie metamorphosiert sich das dann später? Also bei Steiner so, er lernt sehr gerne auf diesem Bahnhof, das war die Technik der Zeit, dieser Bahnhof, er nimmt das alles auf und tut das mit Freude und experimentiert nicht weniger mit Tinte dann und so weiter, was er alles genau beschreibt, aber er hat da so einen Freiraum innerlich und der Vater lässt ihm diesen Freiraum und dann ist da manchmal so Rätsel der Biografie, dann kennt er aber natürlich nicht die Welt und auch nicht die Weltliteratur, das kann er nicht kennen in diesem Bahnhof, das wäre zu viel des Guten. Noch hat er nicht so viel gelesen, das kommt dann noch. Und jetzt kommt da ab und zu ein Besuch, so ein merkwürdiger Dr. Hickel, der Arzt, der Bahnarzt, Bahnarzt, das ist schon was, also wenn der Bahnwärter, der die Weichen stellte, wenn der sagte, also ich habe solche Zahnschmerzen, sie müssen jetzt kommen, dann telegrafiert er, ich komme nur in dem Moment, wo der Zug anhält, ziehe ich in den Zahn und dann fahre ich wieder weiter. Können wir uns das vorstellen? Ja, und das passiert so, der Zug hält, mit Schnaufen und Pfeifen, der Dr. Hickel kommt, zieht einen Zahn, den falschen, hat sich herausgestellt später, aber der Bahn, der Weichensteller sagt, mir ist wieder besser, seitdem ist alles wieder gut und es hat geholfen, falsche Zahn gezogen. dieser Hickel, so einer war das, aber der hatte eine andere Seite und jetzt kommt er manchmal, um mit dem Vater am Bahnhof über die Welt und Ungarn, Österreich und die Weltlage zu sprechen und was er noch lieber macht, ist, dass er den kleinen Rudolf an die Hand nimmt, nehmen wir mal an, sieben Jahre, so, sieben, acht, und den nimmt er an die Hand und geht mit ihm auf dem Bahnhofs Vorplatz hin und her und erzählt ihm nichts von Medizin oder so, sondern von allen deutschen Idealisten, von Goethe, Schiller, Hegel, Lessing, in begeisterter Seele erzählt er diesen jungen, da würden wir vielleicht heute wir intellektuell denkenden Menschen sagen, das ist doch viel zu jung dafür, was soll da damit, nein, der ist begeistert davon, der hat eine ganze Bibliothek zu Hause und erzählt jetzt diesem Jungen mit schwingendem Schirm, erzählt ihm ganz viele Dinge, die er nicht kannte, eine ganze Welt bringt ein anderer Mensch diesem Jungen und später ist dieser Junge dafür so dankbar, dass er ihm aus der Weimar-Zeit, also mit 32 oder so, einen Brief schreibt, einen Dankesbrief und es gibt einen Dankesbrief zurück, der Dankesbrief selber ist dann verloren gegangen bei Herrn Hickel, aber der Rückbrief, der ist da und er sagt, ich habe das so, ich verehre das als eines der schönsten Momente meiner Kindheit, dass ein Mensch jetzt sich Zeit nimmt, sich begeistert für die höchsten Ideale und mir als Kind das schildert, tiefste Dankbarkeit, größte Verehrung, jetzt denken wir da mal eine andere Metamorphose im Leben, könnte man einmal denken, wenn man das dem begegnen darf oder wem sind sie so in dieser Weise begegnet vielleicht früher, dann ist da plötzlich etwas, das konnte man nicht regeln, bestimmen, bezahlen, sondern das hat das Schicksal ihm wie gebracht und dann wird aus dieser tiefen Verehrung an einen Menschen und an diese Ideale wird eine Metamorphose und es taucht auf später eine tiefste Verehrung der Ideale, Verehrung der Wahrheit zum Beispiel und der Erkenntnis. Also das heißt, was hier ich als Kind eben von einem begeisterten Menschen aufnehme, weil das dann in sich stimmig war, das da versinken in der Erinnerung, er trifft ihn dann später wieder, er schleicht an seinem Fenster herum und sieht ihn da lesen und dann merkt er das und dann darf er später sich immer Bücher holen bei Dr. Hickel, Bücher von Schelling und so weiter und dann hat er da seine ganze Literatur lesen dürfen, also sie sehen sich und dann bedankt er sich so überschwänglich weil dann daraus und das ist jetzt die Frage heute Abend eine Metamorphose entstehen kann dann losgelöst von dem Menschen losgelöst von der Situation aber jetzt vielleicht eine tiefste Verehrung des Ideals der Wahrhaftigkeit und der Welt gegenüber also wie verwandeln sich Dinge durch ein Leben hindurch bei Hanna Arang ähnlich sie sagt durch dieses Verhalten meiner Mutter fühlte ich mich absolut geschützt als Kind ich wusste wenn so etwas vorkommt dass die eine Bemerkung über das Jüdische dann wusste ich da ist etwas das trägt mich sozusagen und jetzt sehen wir bei ihr genauso die Frage der Metamorphose dann rätselt sie später wie das Böse wie zum Beispiel im Nationalsozialismus wie das so werden konnte wo das herkam an Himmler und anderen das rätselt sie und sagt kann es sein dass in dem Moment wo ein Mensch wirklich als ganzer Mensch denkt also ein Dialog beginnt mit sich selbst in diesem Denken dass dann dieses mögliche Böse gar keinen Raum hat weil der Mensch mit sich in einem echten tiefen menschlichen Dialog ist und das ist dann ihre Philosophie über das Denken und eben dieses Denken als innerer Dialog man muss dann mit sich selbst zurechtkommen sagt Hannah Arendt also Verwandlung dieser Szene der Kindheit absolut geschützt ich kann etwas entwickeln was ich mitbringe und sie bringt mit ein scharfes und langes ausdauerndes Denken jeder Mensch Natalität sagt sie jeder Mensch kann in jedem Augenblick eines jeden Lebens etwas Neues beginnen das ist dem Menschen gegeben und so hat sie diese Folge dann ja so möchte ich abrunden hinschauend auf diese Schicksalsschläge mit der Frage ist es zu denken dass so wie der Imre Kertes es annimmt was ihm entgegen kam und der größte Überwindung wahrscheinlich der schwerste Schritt es so zu machen und kann man da jetzt denken auch an Fichte das macht einen Sinn wenn man die ganze Biografie wenn man diesen ganzen Lebensorganismus anschaut dann macht das einen Sinn dass ihm diese Dinge widerfahren sind und jetzt gehe ich so weit zu sagen dann dann ist er im Grunde genommen sich selbst begegnet in diesen Lebenssituationen weil etwas in ihm sozusagen dann daran wachsen konnte an dem was ihm zukam das ist er im Grunde genommen dann auch selbst Abschluss Szene aus der moderneren Zeit wo jemand das plötzlich erkennt das bin ich selbst im Gaza Streifen ein israelischer Soldat das sind ja alles hochaktuelle Dinge sie hören ja die Nachrichten und dann geht es wieder los mit dem Schießen und wenn nicht sogar irgendwann wieder mit dem Bomben und da ist jetzt ein Soldat der ist der wie jeder Junge und jedes Mädchen in Israel wird man zunächst Soldatin oder Soldat wenn man dort im Bus fährt das ist jetzt schon sieben Jahre her aber dann sitzen da einfach junge Soldatinnen und Soldaten mit Maschinengewehren das ist man ja auch nicht gewohnt und dieser Ovid Naaman hat so seine Karriere gemacht bei der Armee zwei drei Jahre und wurde schnell Offizier jetzt passiert aber etwas das Schicksal bringt ihm etwas entgegen was ihn vollkommen umwirft also gewohnt war es so im Gaza Streifen in irgendeiner Ortschaft wenn einer von seiner Gruppe die waren nie alleine sind nie alleine wenn einer aus der Gruppe irgendwie in Not kommt oder etwas Unerlaubtes geschieht dann konnte man Warnschüsse abgeben auf der Stelle und dann wusste sofort die ganze Gruppe jetzt zusammenhalten jetzt verteidigen jetzt sofort Alarm das ist Alarm und und schließlich als es zu einer unübersehbaren Situation kommt in diesem Gazadorf da scheint zuerst alles gut zu gehen aber plötzlich wo er ruft bleibt alles stehen bleibt da stehen wo ihr steht alle so läuft ein Mensch läuft einfach los die Straße hinweg als ob er nichts gehört hätte und das verunsichert ihn so sehr dass er nach zweimal anrufen bleiben sie sofort stehen jetzt bleiben sie stehen dass er einen Warnschuss gibt aber alle sind jetzt alarmiert die Spannung ist sofort so jetzt geht es um Leben und Tod wieder und derjenige läuft aber weiter es gibt jetzt ein wildes in die Luft geschieße ist keiner dabei gestorben aber derjenige kümmert sich nicht um dieses große Getöse sondern rennt einfach weg und sie versuchen ihn zu verfolgen das Herz des Offiziers schlägt er hat riesen Herzschlag und sagt wie kann das angehen dass jemand dem nicht folgt was hier unter Androhung des Schießens geschieht kann es nicht fassen und sie kriegen diesen Menschen nicht zu fassen aber sein Herz ruht jetzt nicht mehr von diesem Moment an und er kommt nicht damit zurecht er schreibt ins Tagebuch war das jemand der vielleicht nicht hören konnte war das jemand der einfach so genug hatte von dieser ganzen Kriegssituation dass er einfach gesagt hat und wenn sie dann schießen dann schießen sie und ich laufe einfach weg und er kommt dann mit nicht zurecht hat schlaflose Nächte und weiß dass er das sofort enden wird sein Offiziers sein das hat alles gebrochen diese Situation und dann schreibt er am Ende den Satz und dann erkannte ich ich war es selbst der diese Situation so gewollt gesucht hat er schlägt einen völlig anderen Weg ein hört sofort auf mit dem Soldaten sein studiert auch später im Ausland und schreibt ganz deutlich das war ich selbst das war ich selbst ich ich nehme das Schicksal an was da war und dadurch habe ich gemerkt dass ich mich verändern möchte vielleicht soweit Abschluss ein kleines Gedicht das war Oved Naaman Ich kann es anschreiben aber ich muss das noch genau gucken und schicke es ihnen den genauen Namen ich fand so schnell diesen Artikel nicht wieder aber das gab es in Goetheanum Wochenschrift vor sechs sieben Jahren diesen Bericht ich war es selbst ich meine der heißt auf jeden Fall so mit Vornamen aber ich will sehen ob ich das wieder finde und ihnen schicke Oved Naham so erinnere ich das ich werde es finden oder ich weiß sogar ich es irgendwo habe aber heute Abend habe ich es nicht gefunden also dieses das bin ich selbst der mir da im Schicksal entgegen kommt ein kleines Gedicht von Juan Ramon Jimine Lauf nicht geh langsam du musst nur auf dich zugehen geh langsam lauf nicht denn das Kind deines ich das ewig Neugeborene kann dir nicht folgen ich lese es gleich noch einmal und weise vorher aber darauf hin am nächsten Dienstagabend um 20 Uhr hier in der Schreinerei wird Peter Selk am 14. März über die Jahreszeiten Imaginationen einen Vortrag halten und das Michaelsfest und noch eine Woche weiter am 21. März dann in der Halde eine Fortsetzung dieser Gedanken mit Blick auf Dark Hammers Schild Abschluss Lauf nicht geh langsam du musst nur auf dich zugehen geh langsam lauf nicht denn das Kind deines ich das ewig Neugeborene kann dir nicht folgen Herzlichen Dank für Ihr intensives Zuhören und gerne gleich noch vielleicht ein paar Fragen Danke Es ist spät geworden so ist das ja manchmal aber so zwölf nach neun vielleicht einfach nur nach einem Moment der Stille so Nachklang und vielleicht noch ein zwei Fragen einfach an das Schicksal es war ja nur ein Ausschnitt und es gibt noch ganz andere Seiten und Rätsel auch vom Schicksal Ja möchte jemand noch eine Frage dazu stellen ich habe ganz viel zu wenig berührt dass zum Schicksal ja auch immer die anderen Menschen dazu gehören so ja das war nur angedeutet das ist ein Rätsel wer welche Menschen dann sucht findet um sich zieht hin zieht wo es geht und nicht geht aber vielleicht haben sie noch einen anderen Gedanken dann darf da noch gesagt werden gerne sehr gerne vielleicht eine kleine Ergänzung mein Lebensgang bei Rudolf Steiner steht ja auch zu diesem Ereignis wo er aus der Schule herausgenommen wurde beschreibt ja dann wie sein Vater ihm so Seiten abschreiben lässt und man hört ja raus wie das ihm eigentlich fürchterlich langweilig ist weil eigentlich nur der Sand das getrocknet das war das Interessante also es ist ja schon auch wirklich dieses herausnehmen und das spüren wie so ein Zurückstaun wenn man so will in den Biografischen und dafür hat er natürlich dann was geschildert haben diese Freiheiten ganz klar ganz klar danke gerne als du bevor du reingekommen bist habe ich gesagt dass ich weiß dass Menschen hier auch im Ort Kreise haben und an Schicksalsfragen arbeiten und so weiter das habe ich gesagt aber du stell deine Frage erzähl mal ja die leiden die leiden die leiden ich meine die kommt immer neu und dieses Gefühl wenn man fangt und denkt naja wenn man nachher rechtlich ist und das Leben neu und dann zu erleben wie unglaublich viel spannender das eigentlich von Jahr zu Jahr ist was passiert da eigentlich ich meine wer wer ist dafür am Zuständigen sind wir das ja einfach dazu stellen ich habe auch da eine Frage diese Richtung weil ich gemerkt habe dass Heinz Zimmermann und ungefähr fünf Kolleginnen und nach der Schule pensioniert aber dann sozusagen kräftig gerade in jenen Jahren die du ansprichst kräftigst gefragt wurden und gearbeitet haben und engagiert waren sozusagen sich im Grunde genommen auf das Ende so richtig hingearbeitet haben mit Freude und Hingabe und manchmal sogar wie Dr. Oldmann aus Kiel der Leiter des Seminars dort den ich gut kannte der ist dann mitten auf seiner Studentenfahrt längst pensioniert in Norwegen wo die immer hinfuhren die Kieler zum Norden mitten dann dabei auch hat seinen Tod gefunden sozusagen mitten in der Tätigkeit und das geht genau in deine Richtung was ist da ist das unsere Zeit die das fragt ist das die Selbstverantwortung die ich jetzt freier ergreife nach meiner mittleren Lebenszeit und jetzt erst richtig loslege ich möchte das nur fragen ich habe jetzt keine Patentlösung aber diese Schicksale sind da die dann eben gerade dann noch kräftig fragen von außen und Tätigkeit entwickeln danke verstehe ich möchte auch jemand sonst gerne das da das ist der zweite Karma Band und da finden Sie irgendwo hinten ich habe es sogar kann es sogar genauer sagen Moment ich habe es glaube ich zufällig mit Karma Band 2 und die Seiten 191 192 in dem Dreh finden Sie diese Skizze und diese ganze Beschreibung die auch damit zu tun hat dass auf dem Hinweg das habe ich jetzt alles nicht gemalt auf dem Hinweg eben zuerst aus dem letzten Leben diese Monden Merkur Venus Sphäre durchgegangen wird dann diese Sonnensphäre als Freiheitssphäre ganz interessant wo eben das vollkommen umgekippt wird nicht ich bestimme mein Management und mein Leben sondern mir wird zugesprochen von all denen mit dem wir zu tun haben und dann muss man Dinge liegen lassen und geht noch höher bis zu Mars Jupiter Saturn das ist da genau in dem Vortrag und dadurch sozusagen schöpft man wieder neue Kräfte um mit neuen Zielen auf das nächste Leben dann zuzugehen das ist dieser Vortrag also ungefähr 182 192 die Seite zweiter Kamerband aber das finden Sie sofort es gibt nur einmal diese Zeichnung das finden Sie sofort als ist da reingedruckt die Zeichnung so dass man nicht nur sich selbst denkt als Gedankenmensch der das tut sondern in dem was die anderen tun bin ich auch drin sozusagen also in der Pädagogik hat man das sehr oft dass man den anderen Menschen begegnet und merkt Moment mal was ist denn hier los im Kollegium die haben ja völlig recht mit dem was sie sehen was ich nicht sehe und so weiter also da ist die Gemeinschaft spielt eine Riesenrolle aber das haben wir jetzt nicht als Schwerpunkt gehabt bei Doug Hammersholt könnte es schon eine große Rolle spielen wie sich ein Individualist findet oder nicht in einer Gemeinschaft das könnte eine Rolle spielen ja ich habe den Eindruck aber das ist jetzt frisch weg gedacht die gleiche Frage dass das umso stärker die erste Hierarchie ist im Verbund mit den anderen weil wir im Grunde genommen eigentlich über den Mittelpunkt des Lebens hinweg sind und durch andere Kräfte eigentlich leben und so viel Schönes noch machen können das ist wie so ein Geschenk andere Kräfte meine ich jetzt dass diese erste Hierarchie mit den anderen zusammen sozusagen uns noch eine solche Vitalität schenkt heutzutage dass wir das alles machen dürfen da habe ich den ganz hohe Kräfte helfen mir ich bin da als ich das las und dieselbe Frage hatte wurde ich einfach sehr dankbar dass es überhaupt so uns so möglich ist so lange frisch weg zu schaffen aber ich will dem nochmal nachgehen das war ein erster Versuch eine Frage was ich meine auch in dem vorgeschriebenen Alter kann es ja auch ganz schön hektige Pfingsteine geben ja wenn das jemand schon wissen will also da kommen dann Dinge die können manche hier deutlich sagen kann ich jetzt auch sagen neuerdings damit hat man nicht gerechnet sozusagen und man kriegt einfach so kann gut ausgehen aber ganz deutliche Pfähle der Warnung so Zaunpfähle Achtung oder so das kommt und das kann so oder so ausgehen kann ich nur zustimmen danke sollen wir mal abschließen an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Zuhören Ihr inspirierendes Zuhören und dann geht es die nächsten Dienstage weiter alles Gute